Willkommen zu einer neuen Anleitung. Heute möchte ich mit euch diese süßen Mohnkapseln malen. Sozusagen die kleine Schwester von den Mohnkapseln, die es ja als Anleitung schon im YouDesign wie Mitgliederbereich gibt. Dort gibt es ja jeden Monat zwei neue Anleitungen und diese Mohnkapseln sind ein ganz besonderes Projekt. Eine Reihe verschiedener Mohnblüten von der ersten grünen Kapsel über die Mohnknospe über aufgeblühte Mohn bis hin eben zu diesen verblühten Mohnkapseln, stelle ich dort verschiedene Anleitungen vor, neben auch Landschaften und natürlich vielen anderen Blüten. Heute soll es wie gesagt um diese kleinere Version hier gehen, die verblühten Mohnkapseln von einem Klatschmohn. Die haben wir nämlich letztes Jahr auf einer Radtour gesammelt. Für diese Kapseln habe ich mir einen Braunton angemischt, bestehend aus einem Lemongelb, Transparent Orange und Paints Grey. Diese drei Farben mische ich zu unregelmäßigen Teilen, sodass immer wieder unterschiedliche Braunnuancen entstehen und ich die Kapseln damit schön lebendig kolorieren kann. Für die größeren Bereiche wie zum Beispiel die Kapsel oder auch diesen kleinen Deckel nutze ich einen Aquarellpinsel aus der Cotman Serie von Windsor & Newton. Das ist hier ein Flachpinsel mit einer schrägen Spitze und für die Stiele, die ja sehr filigran und fein sind, nutze ich einen sogenannten Schlepperpinsel, der sehr lange Haare hat und entsprechend viel Farbe bzw. auch Wasser halten kann. Für die Mohnkapseln nutze ich eine Farbmischung aus drei Farben, das ist einmal Cadmium Lemon, dann Paints Grey Bläulich und Transparent Orange. Alle drei Farben mische ich mir zu unregelmäßigen Anteilen, sodass lebendige unterschiedliche Brauntöne entstehen, mit denen ich jetzt hier diese einzelnen Kapseln aquarellieren kann. Mit dieser Inspiration wünsche ich dir schon mal einen tollen Start ins Wochenende und bin gespannt auf deine Ergebnisse. Ja und wenn du Lust hast, weiter mit mir kreativ zu werden, dann schau dir doch meine weiteren Videos hier an oder besuch mich im Mitgliederbereich, den Link findest du in der Beschreibung. Dort gibt es jeden Monat zwei neue Anleitungen und regelmäßige Livestreams. Außerdem gibt es jeden Monat eine Bildbesprechung, das heißt du kannst deine Ergebnisse hochladen und deine Fragen dazu stellen. Ich gebe dir dann gerne mein Feedback.